Willkommen zurück. Wir haben Bibi und Dragon mit uns. Ganz bibisch und dreckig. Wollen wir mal rumrennen hier. Was haben wir gelootet, was haben wir gelootet? Gucken wir mal ein Nüte-Chanka rein. Komm schon. Hey. Was jetzt? Der Passweiter hält sich bestimmt für ganz schön hart, hier einfach so rumzustolzieren. Ja, ja, das bin ich. Ich frage mich, wie lange er in einem echten Kampf durchhalten würde. Sie wollen sie provozieren und sehen, ob sie ihr Hand beißen. Hast du gesehen, dass ich über dein, verdammte Schloss, Schloss, wo deine Mauer drüber gehofft bin? Gehen Sie weiter. Wir wollen hier keine Fremden. Wer ist der menschliche Pfarrbeinler? Und er gehört zu mir. Dreck? Lange nicht gesehen. Joggle Strux schickt mich. Ich muss mit Morda sprechen. Dann redet Strux jetzt also mit der Nexus, Verräter. Soll das heißen, ich bin auch ein Verräter? Schnauze, Brack. Soll ich Ihnen einen Kopfstoß verpassen? Ich meins ernst. Hm. Sie sind härter als Sie aussehen. Entschuldigung. Gehen Sie rein. Ich gebe Morda Bescheid, dass Sie hier sind. Gut. Naja, wenn ich Shepard wäre, würde ich es einfach tun. Ohne Vorwarnung. Wir sind noch nicht auf Big Shepard Badassery. Ich habe gehört, dass Garrick und sein Team gegen den Wurm gekämpft haben. Das war vielleicht ein Kampf. Sie haben dem Vieh ein paar ordentliche Treffer verpasst, bevor es sie alle gekillt hat. Dämliche Bastarde. Ja, wir hatten schon immer mehr Eier als Verstand. Ein weicher, zerbrechlicher Mensch wie Sie sollte sich besser von der Tierwelt da draußen fernhalten. Sie sagten etwas über einen Wurm. Nicht ein Wurm. Den Wurm. Groß. Unbesiegbar. Sie können ihn nicht übersehen. Er taucht hin und wieder aus den Dünen auf und macht alles platt, was ihm im Weg steht. Schau, schau. Die Grogane haben Farbe bekommen. Die meisten davon. Jetzt tritt er sich weg. Genau das mag ich, wenn man mehr Charakter an mehr Detail gibt. Handgefertigt. Oh, ganz toll. Ist er gefährlich? Zwei dumme Antworten haben wir auf Lager. Wäre dieser Planet nicht schon tödlich genug? Ja, aber die gute Nachricht ist, dass er uns nicht angreift. Ehrlich gesagt scheinen wir ihm scheißegal zu sein. Aber kommen Sie ihm nicht in die Quere. Er wird einfach durch sie durchrauschen und sie in Stücke reißen. Danke für die Warnung. Ich... Relikt schlund. Ich würde ihn besiegen. Da haben wir ein bisschen Florid. Wow. Okay. Oh, das ist alles geklitscht jetzt. Oh, weg. Willkommen zurück. Ich glaube, dass das Terminal verschwunden ist. Oh, hallo. Ich habe bemerkt, dass Sie zugehört haben. Liegt es daran, dass Sie ein Fan des groganischen Genies Doktor Okir sind? Oh. Oh. Ich könnte anderes geben, an den ich das Terminal versehentlich verkauft habe. Sie reden über Doktor Okir, als sollte ich wissen, wer das ist. Doktor Okir war führend auf dem Gebiet der groganischen Genetik und stand kurz vor einer Heilung der Genophage. Ohne den langsamen Ansatz der genetischen Mutation, den die Initiative verfolgt. Ich habe... Ich hatte eine Sammlung seiner Forschungsdaten. Ich hoffe darauf, die Genophage in der Kolonie zu heilen. Senden Sie mir den NAV-Punkt und die Kennzeichnung des Terminals. Erledigt. Hoffentlich ist es noch auf dem Planeten. Der Schrottsammler war ziemlich aggressiv. Ja, den Typen kennt man aus Mass Effect 2. Aus Mass Effect 2. Der hat meinen Lieblingsgrogan hergestellt. Grund Dörrfleisch. Ich habe Dönerfleisch kurz gelesen. Und Leberkuchen. Man kennt es natürlich. Dörrfleisch und Leberkuchen. Ach komm schon, lass mich. Und Rula. Und Rula. Und Rula. Lettern wir mal drauf schauen, wie was hier oben abgeht. Und Rula. Und Rula. Oh, da komme ich sogar ziemlich weit rauf. Nein. Und wieder runter. Okay. Ich hätte wissen müssen, dass Rula die Mordel sind. Jep. Jeder ist ein Fan von Morda. Wow. Vielleicht komme ich von dieser Seite ganz hinauf. Interessiert mich. Interessiert mich. Interessiert mich. Oh. Ich bin schon Outrider. Outrider. Oh boy. Ich habe bei Outriders gespielt. Oh. Was stimmt mit uns gerade nicht? Wir schauen falk tot aus. Kommt. Kommt. No Brokers. Kein Fortschritt. Oh. Dann bin ich auf dieser Seite. Das schaffe ich doch. Nein. Nein. Komm schon. Ist das eine unsichtbare Wand. Nein. Okay. Das schaffe ich doch nicht. Hey. Bibi begleitet mich. Na Bibi. Wir haben die Aussicht mit mir zu genießen. Schau. Der coole Wurm da drüben. Schon cool, gell? Ich schaue fast tot aus. Bräuchte vielleicht eine Wiederbelebung. Oh. Das wird nichts. Okay. Dann sliden wir halt runter. Genockerung gemäßt. Rede nicht so viel mit den Kunden. Na sieh mal eine an. Sie gehören doch wohl nicht zu diesen verfluchten Plünderern, oder? Nein. Ich gehöre zur Andromeda-Initiative. Das ist ja noch schlimmer. Passen Sie auf. Wenn Sie was kaufen wollen, reden Sie mit meinem Verkäufer. Ich hab ihn eingestellt, damit ich mich nicht mit Kunden abgeben muss. Schlauer Mann. Im Vergleich zu diesem Ort ist die Nexus ein Paradies. Wollen Sie denn nicht zurück? Nicht mal ein bisschen? Damit sie uns wieder zu ihren Kampfhunden machen? Damit wir wieder wie Dreck behandelt werden, bis wir uns irgendwann wehren? Es ist genau dasselbe wie bei den Rebellionen zu Hause. Wir bekommen nur dann Respekt, wenn wir ihn uns mit Geweiht nehmen. Und wir waren so dumm zu glauben, es würde hier anders sein. Sie reden, als hätten Sie die Rebellionen miterlebt. Aber Sie können nicht so alt sein wie Dreck. Was soll das denn heißen? Ich wurde im letzten Jahr geboren. Direkt bevor die Turianer die Genophage bei uns freigesetzt haben. Mein Vater starb bei der Schlacht auf Kenram. Zwei Dutzend Turianer waren nötig, um ihn zu Fall zu bringen. Zum Glück musste er nicht miterleben, wie wir auf der Nexus im Frachtraum untergebracht wurden wie Haustiere. Ich wette die Plünderer machen ihnen ständig ihr Bergungsgut streitig. Eigentlich nicht. Ich hole meine Sachen in Ataraxia. Und dort ist es zu heiß für Weichhäute wie sie. Von der Absteiger halte ich mich fern. Dort sammeln sich die Plünderer wie die Fliegen. Gegen so viele kann ich mein Bergungsgut nicht verteidigen. Was ist nur aus mir geworden? Ich war mal ein Krieger. Und jetzt kämpfe ich gegen irgendwelches Gesocks und meinen Haufen Schrott. Ich sollte jetzt gehen. Ich bin hier und verkaufe Schrott. Ziemlich viel coole Backstory. Von den Kroganern. Okay, was gibt's hier? Willkommen. Man heißt kein Alien in unserer Kolonie. Willkommen, du dummer Junge. Sei still, alter Mann. Tut mir leid. Beachten Sie ihn gar nicht. Kredits sind Kredits, sag ich immer. Ihr Geschäft wird's nicht weit bringen, wenn Sie nur an Kroganer verkaufen. Es geht ihm mehr ums Prinzip als um mehr Kunden. Zum Glück hat er mich. Und jetzt kaufen Sie was, bevor er wieder anfängt zu schreien. Ah, Venom. Ist das nicht ne gute Shotgun? Ich glaub nicht, dass ich Geld habe. Ich hab fast gar nichts. Ich kann Dreck verkaufen. Die Wirkungsgüter. Das reicht sogar für die Venom. Was haben wir hier noch? Phalanx. Ich hab die Hurricane, ich brauch eigentlich nichts anderes. Da haben wir einen Schrott. Sweeper war nicht so das Beste. Ich teste mich grad durch bei den Katana. Ja. Weil wir sicher einen Katana brauchen. Letzte Track. Weg. So. Was soll das sein? Ein Schwert. Natürlich nehmen wir das Schwert. Oh boy. Ach. Eigentlich alles was in Bronze ist. Weg damit. Schau ich gar nicht viel durch. Dann gehen wir die Venom kaufen. Wo war sie? Und dann mal testen. Ich kann mich gar nicht so an die Shotgun erinnern oder was? Doch eine Pistel. Hürden Morder eigentlich nie auf Befehle zu brüllen? Ja. So wär's das. Wie viele brüllen. Schauen wir runter. Wie haben sie denn dieses Hole, dieses Loch ausgehoben? Was interessant aus? Wuii. Ja. 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 Was interessant aus. Ich hätte wissen müssen, dass Order die Macht anzuschreisen. Ah. So viel Smalltalk. Ist sie das nicht da oben schon? Wir haben schon viele Frauenpaare in den Führungsetagen hier. Sind Sie Morda? Ich bin Nagmor Morda, Overlord der Kroganer in Helios. Overlord? Drek, Sie haben den Job gewechselt. Offenbar genau wie Sie. Und Sie sind vermutlich dieser gefeierte Pathfinder von der Hyperion. Ich bin Ryder. Das ist so aufregend. Ich war einem Pathfinder noch nie so nah. Vermutlich, weil die Kroganer nie einen hatten. Willkommen in Neutuchanka. Ich höre ein bisschen sportisches Hintergrund. Mit einer Stimme. Ich verstehe, dass Sie und Ihre Leute wütend sind. Die Menschen waren im Citadel-Rat willkommen, während die Kroganer jahrhundertelang unterdrückt wurden. Sie haben keine Ahnung. Ihr Verständnis macht mich einfach nur krank. Okay, ich hab's kapiert. Was wollen Sie hier, Pathfinder? Sich eine erfolgreiche Kolonie ansehen? Ehrlich gesagt, ja. Wir könnten Ihren Rat brauchen. Ihr Manipulationsversuch ist so durchschaubar. Sie kriegen keinen Rat. Die Kroganer werden erstarken. Und die Initiative wird büßen. Verschwinden Sie, bevor ich Sie zerfetze. Ich kann nur Sarkasmus oder Tschüss sagen. Ein schöner Spruch für mein Poesiealbum. Selbst Bibi hängt der Spruch zu den Nachgaben damit. Ich kann nicht mal mehr deutschlandreden. Ich weiß, wie stur Mordor sein kann. Aber das hat sogar mich überrascht. Das ist nicht gut. Ja. Ja, schon möglich. Ich bin Mordor. Nein. Waffe raus und alles Niederschießen hier. Ich meine, ich kann das. Warum ist die N7-Rüstung nicht tot bei mir? Ja. Komm mal vorbei, wenn du nicht gerade den Helden spielst. Dann quatsch mir ein bisschen. Mach ich, Grott. Ich hab Geschichten auf Lager. Das glaubst du gar nicht. Reiner. Das hier ist mein alter Freund Grott. Er hat diesen Ort quasi ganz alleine aufgemacht. Ignorieren Sie einfach, dass er ein Erdner ist. Dafür kann er ja nichts. Was halten Sie von der Kolonie? Ziemlich beeindruckend, ha? Als Sie von einer Kolonie sprachen, habe ich nicht mit sowas gerechnet. Warum haben Sie es mir nicht erzählt, Drag? Ich war mir bei Ihnen anfangs nicht sicher. Und dann war es einfacher, Ihnen alles nach unserer Ankunft zu zeigen. Es ist rustikal. Ja, und genauso wollten wir es haben. Rustikal. Ich nehme an, Sie haben Fragen. Oh boy. Sie scheinen sich hier richtig wohlzufühlen, Drag. Und du wirst nicht jünger. Willst du dich nicht langsam mal zur Ruhe setzen? Doch, klar. An dem Tag, an dem du mein Grab schaufelst, Opa. Das wird eine traurige Ehre. Es gibt hier viele Fertigbauteile und Shuttles. Ein Teil davon ist Ausrüstung, die wir auf der Nexus gelagert hatten. Den Rest haben wir gestohlen, als wir gegangen sind. Es ist ja nicht so, dass uns irgendjemand aufhalten wollte. Seit wann gibt es die Kolonie schon? Seit wir die Nexus verlassen haben, nach der Meuterei. Einfach so? Runter von der Nexus und Kolonie gründen? Wir sind Kogana, Kleiner. Wir können überall leben. Wir könnten uns auf einem Vulkan niederlassen und kämen trotzdem bestens zurecht. Es gibt hier viele Pflanzen. Woher kommen die? Seit der Clan hier ist, haben Vaughn und sein Assistent unermüdlich an dem Gewächshaus gearbeitet. Wir haben ihm und Hark ein paar echt schicke Buden gebaut. Mit Lampen und all so ein Tinnif. Die Neutuchanka-Pflanzen gedeihen viel besser als die zu Hause. Viel weniger Strahlung. Ah ja. I am Groot. Woher kennen sie Drag? Wir haben früher zusammengeschürft. Da hatten wir noch nicht mal alle vier Eier im Sack. Und seitdem werde ich ihn einfach nicht mehr los. Ja. Garno haben mehr Eier als Menschen. In einem Vorpack. Ich verkaufe prinzipiell keinen Rönn-Kohl an Menschen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was ist Rönn-Kohl? Organischer Alkohol. Er geht runter wie eine scharfe Granate. Und ich brenne ihn selbst. Er ist der Starkste in der gesamten Galaxie. Das ist beeindruckend. Eigentlich nicht. Ich bin schließlich die einzige Rönn-Kohl-Brennerin in dieser Galaxie. Erinnern Sie mich daran, mich damit einzudecken. Wie ist das Leben hier draußen? Es ist kein Paradies, aber leichter als auf Tuchanka. Zuhause konnte es einem den Panzer vom Schädel reißen, wenn man während eines Nuklear-Sturms nach draußen gegangen ist. Ich weiß eigentlich, wie leicht es anscheinend die Kroganer haben, sich überall zurechtzufinden. Bei schlechten Verhältnissen. Wahrscheinlich vielleicht nicht Kälte, aber ja Hitze wahrscheinlich. Wie war die Reise auf der Nexus? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur noch, wie uns die Salarianer in den Kälteschlaf versetzt haben. Ein paar von uns brauchten die doppelte Dosis, um einzuschlafen. Dann war da nichts mehr. Und plötzlich waren wir hier. Fragen Sie Barok, wenn Sie mehr wissen wollen. Er ist angeblich während der Reise aufgewacht und hat 50 Jahre allein auf der Nexus gelebt. Das hat er doch erfunden. Kann schon sein. Aber es ist trotzdem eine gute Geschichte. Wieso verkaufen Sie keinen Rünkol an Menschen? Weil ich schon zu viel Zeit damit verbracht habe, Menschen wieder aufzupäppeln, die dachten, sie würden ihn vertragen. Tatsache ist, sie vertragen ihn nicht. Er bringt sie vielleicht nicht um, aber es endet immer in einer Riesensauerei, die ich dann wegmachen darf. Ich wette, mir passiert das nicht. Was sagen Sie alle? Das war vorerst alles. Dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Dammit, Ryder, das ist ein alkoholfreier Channel. Was wir sie zwingen und sind wir im Kalleball im Chat. Hör dir doch nur mal selbst zu. Ich weiß, was ich gesehen habe. Hat dieser Wurm gedacht, mir fällt das nicht auf? Es ist mein Trug, nicht der von Gran. Und ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass sie Befehle von ihm annehmen. Was soll ich unternehmen? Kümmere dich darum, Cortex, sonst mache ich das. Die Hälfte der Zeit habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der diese Kolonie zusammenhält. Ärger? Varka und Gran haben zu Hause zusammengekämpft. Seite an Seite. Aber immer als Konkurrenten. Das hat ihnen Kraft gegeben. Jetzt haben sie keine Feinde mehr. Also bekämpfen sie sich gegenseitig. Ich spüre, wie die Lage sich verschärft. Die Kolonisten ergreifen Partei. So beginnen Clan-Kriege. Klingt, als bräuchten sie nur jemanden, auf den sie schießen können. Ja, genau das brauchen sie. Die beste Methode, um diesen Streit zu beenden, ist ein Ritual der Einigung. Und das funktioniert wie? Man steckt sie zusammen mit einer Bestie in einen Ring, damit sie als Team kämpfen müssen. Der Sieg über einen gemeinsamen Gegner ist ein starkes Band. Für Krogana bedeutet so etwas viel. Wenn Sie mir helfen, das Ritual durchzuführen, können wir diese Kolonie zusammenhalten. Wie könnte ich bei dem Ritual helfen? Nun, zunächst einmal brauchen die beiden einen Gegner. Sie meinen aber hoffentlich nicht mich. Nein, aber Sie müssen mir dabei helfen, eine Bestie in die Arena zu treiben. Schamanen stellen für so etwas einen speziellen Köder her, der auch helfen sollte, die Bestie zu unterwerfen. Ich werde mein Bestes geben, um Ihnen zu helfen. Gut. Legen Sie den Köder in der Wildnis aus, um einen Koloss anzulocken. Die Bestie ist wahrscheinlich zunächst streitlustig, also seien Sie vorsichtig. Ich halte Varka und Granoff Distanz, bis Sie zurückkommen. Viel Glück. Dann kann ich doch im Schlaf überfahren, diesen Kolossen. Ah ja, ich habe ja früher, ich habe früher Outliers gespielt und einen Vergleich gemacht zwischen den Kolossen in diesem Spiel. Und da sind Sie ziemlich vielen Spielen vorhanden, sind die Kolosse. Und dieses Spiel hat auch Kolosse. Ich gucke drüber über diese Morda. Ich gucke mir gar nichts. Nur Schiss von Bordecai. Okay. Ja, aber verrat keinem, dass sie mir einen Menschen zugefügt hat. Ah, wach. Hier kommt nicht rein. Oh, ich will doch mal ein Nickerchen machen. Und die kleine Runde von Tsuchanka mitgenommen. Vermins. So heißen sie doch, oder? Dann haben wir ja. Nein. Nein. Aber wie wäre es, wenn wir uns stattdessen einen Architekten suchen? Hört sich gut an. Kann zwar sein, dass wir dabei drauf gehen, aber es klingt nach Spaß. Sie sind in Ordnung, Nexus. Äh, mit der Einstellung. Oh, Fluorid. Wenn ich erst mal ein CEU-Planeten finde, dann schwimme ich in ein 7-Gear. Kein Glücksspiel. Kein Glücksspiel hier. Sonst hätte ich doch ein Diablo Immortals Let's Play gestartet, wenn ich auf Glück will stehe. Nein, danke. Warte, was? Du bist hier, okay. Da bist du. Revan or Brank? Hä? Hä? Er ist Relikt-Tech. Sie kann ihn doch überhaupt nicht benutzen. Was quatschen Sie da eigentlich? Sie baut eine Bombe. Mit dem Antriebskern als Energiequelle? Sam? Es wäre für diejenigen, die sie bauen, gefährlich, aber letzten Endes durchaus möglich. Ihre Abriss-Teams reißen seit Monaten Wände ein und bekämpfen sowohl diese Roboter als auch Plünderer. Viele hier wollen Frieden mit der Nexus, aber wenn Morda diesen Antriebskern in die Finger bekommt, hat sich das für immer erledigt. Und jetzt gehen sie. Danke, Brank. Okay. Das scheint die Main-Quest zu sein. Jetzt kann ich endlich rein. Ich war ja dort schon. Ähm, nein, nein, nein. Ach, da kommt die Karte in diesem Spiel. Du machst zum Teufel. Okay. Da haben wir hoffen, was es selbst Quest. Selbst Quest? Nicht Quest. Ah. Sehr viele Nebenquests. Das wird die Hauptquests sein. Oh. Es geht weiter mit Nebenquests. Okay, was muss ich mit dem Kuros machen? Drei Hirn. Wo ist meine Matlock? Okay, Matlock wird getestet. Nimm der N7 Hurricane. Ich bin jetzt hier. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ich hab gesagt, ist das gar nicht schlecht. Oh, das war cool. Ich hoffe, dass ich den nicht einfach killen kann, unabsichtlich. Feuerkombi. Das war's, den Rest erledigt der Schamane. Schau, wir haben einen neuen Begleiter. Drax, 2.0. Das machen wir später. Schaut cool aus, das ist ja cool aus. Dann haben wir das Ding. Mitkommen, Koloss. Ah, das ist langsam, ob der echt mitkommt. Das schaut nach dem Architekten-Fight aus. Hey, was für ein Jump. Hier. Wir haben den NAV-Punkt erreicht, den uns Dr. Garnar gegeben hat. Das Kroganische Terminal müsste irgendwo in der Nähe sein. Okay. Augen auf, Leute. Ziehen wir's durch. Bilder, Adi. Was macht denn der Adi da draußen? Gleich vernichtet bevor wir machen. Das ist das aktive Terminal. Ich beginne mit dem Download. Auf, Feinde. Auf, der hängt doch da schon dran. Feinde! Oh, der wird fett reinhauen. Ja. Ja. Oh, der wird fett reinhauen. Oh shit. Der hat richtig fett rein gehauen. Die fliegen da noch immer rum. Vielleicht zeigt die MATLAW gefällt mir. Wie läuft Sam? Komm schon, wie groß sind diese Dateien? Ausgesprochen groß. Darüber hinaus sind in diesem Terminal 15 Extra-Bit-Daten geschmeichert und ich kann nicht beurteilen, welche von ihnen wichtig sind. Verdammt! Daran hätte ich denken müssen! Komm schon. Kauf doch einfach einen Premium-Account, Sam. Wir haben das Geld. Auf die Gratis-Download-Funktion zu nutzen. Da sind wir am wenigsten. Guter Wurf. Wir sind alle hinter meinem Auto. Der Download ist abgeschlossen. Sie können jetzt gehen. Das sagt sich so leicht. Kannst du schon sagen, was all diese Daten enthalten? Ich hoffe, sie waren es wert, dafür beinahe getötet zu werden. Die meisten sind verschlüsselt, aber einige Begriffe stechen heraus. Kroganischer Supersoldat, reiner Kroganer und Tankzüchtung. Ja. Interessant. Schick keinen Bericht über das, was du entschlüsseln kannst. Verdammt. Oh, schau dir diesen Slide halt. Oh, ist das cool. Das gefällt mir. Ich brauche nur noch Rappen, die ich freistoßen kann. Oh yeah. Oh. Solche Korps-Physics machen mich happy. Wenn man die schießen kann. Dann haben wir, nein. Das ist ja das Neuduch-Chanka. Neuduch-Chanka. So. Ich mache das zuerst. Oder? Ne, das machen wir später. Machen wir das. Ja, ich wusste es ja auch. Zuerst. Wie weit sind wir hier drinnen in der Aufnahme? 30 Minuten. Ca. Ich bin schon im Nomad. 360. Woo. Oh. 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 Der legendäre Doppel-Nomad 360. Asario und Kroganer leben ja viel länger als die anderen Spezies der Milchstraße. Richtig. Und? Aber jetzt bleibt ihnen ungefähr noch dieselbe Zeit wie Ryder, Vetra und dem Rest des Teams. Wenn ich Glück habe, kommen sie zum Punkt. Es muss seltsam sein, nach so langer Zeit vor dem Ende zu stehen. Zeit ist Zeit. Die Anzahl der Jahre ist unwichtig. Es geht darum, was man damit macht. Was immer ich noch übrig habe, es wird angefüllt sein mit Leben. Wir müssen dieses Gebiet irgendwie umgehen. Wir sind schon drinnen. Ich habe das meiste schon ausgerottet, verdammt Controller. Der ist mir gerade mehrmals ausgefallen. Falls ihr das mitbekommen habt. Darf ich jetzt rein? Danke. Nein. Was heißt, ich kann keinen Override machen? Sieht aus, als wäre es noch nicht vollständig. Controller ist schuld. Verdammt, Controller hält es dich zusammen. Okay, lösen wir dieses Rätsel. Ja. Mit einem Schlüssel. Da haben wir noch ein Bar. Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. Darauf stehst du sehr unten, wenn das Interfacing erfolgreich ist. Die zwei sind, glaube ich, mein Lieblingsteam. Bibi und Drag. Oh, schön kühl hier drin. Sehr angenehm. Erladen ist ein Mysterium für mich. Diese höllische Hitze. Gesetzlos verrückt, mörderisch. Von der Wassermafia gar nicht zu reden. Die Belohnung für diese Plünderer muss ziemlich groß sein. Sonst würden sie das Risiko nicht eingehen. Die Informationen von Cadera besagen, dass Rohmaterialien aus Reliktarchitektur extrem profitabel sind. Ziemlich beschädigt hier drin. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Hoffentlich finden wir einen Weg zum Antriebskern und dann nichts wie raus hier. Oh, so schön kalt hier drinnen. Keine Warnung von Sam, dass wir auf dem Minusgarten sind. Ryder rät nochmal nicht darum, dass ihm zu heiß ist wie in den letzten Folgen. Wenigstens das funktioniert noch. Irgendwelche Theorien zu diesem Schiff? Sie meinen den Absturz? Vielleicht hat die Geisel das Leitsystem durchschmoren lassen. Oder einfach alles? Gute Vermutung. Aber wo ist die Crew? Was ist mit ihr passiert? Und woher sind sie gekommen? Dem Schiff nachzuschließen? Jedenfalls nicht von hieriges. Aha. Wir haben die Experten mit. Man merkt's. Hochendliche N7-Rüstung. Open up. Vorsicht! Vielleicht funktioniert dieses Ding nicht so gut. Verdammt, was war das gerade? Super Charm. Ohhhh. Okay. Das wird schwierig ohne meine Super-Jump-Fähigkeit. Small-Jumps, Ryder. Small-Jumps. Ohhhh. Das ist schwierig, Small-Jumps zu machen. Immer die Fähigkeit hat für Super-Jumps. Zugangsterminal. Das sind schon uns. Der Antriebskern ist weg. Irgendjemand war hier. Aber er kann unmöglich auf demselben Weg reingekommen sein wie wir. Das Schiff hat ziemlich was abbekommen. Es gibt vermutlich noch einen anderen Eingang. Scheint blöd von uns, den richtigen Weg zu nehmen. Also, wer könnte ihn haben? Plünderer? Wer sonst? Das sind keine Hintereingang, Leute. Ja, denke ich auch. Das ist auf jeden Fall die naheliegendste Erklärung. Okay, dann suchen wir uns mal einen Weg hier raus und spüren sie auf. Gibt's hier noch Loot? Ne, gibt's noch Loot. Nickel? Kein CO. Ich hab schon Spiel. Ist ja nicht zu kupfergeizig. Schaust du gar nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass die hierher gehören. Signalraketen? Das ist keine Reliktek. Okay. Die Eindringlinge müssen aus dieser Richtung reingekommen sein. Wenn er sich da drüben Loot verpasst habe. Elikte. Wieder Signalraketen. Wir sind wohl auf dem richtigen Weg. Sehr freundlich von den Dieben, uns eine klare Spur zu hinterlassen. Ziemlich praktisch. Ich würde mich hier drin ungern verlaufen. Ja. Das kann ich verstehen. Wo ist meine Hemlock? Hurricane meine ich. Locust meine ich. Was findest du zu mich alles im Gäste? Ich wärs vom Damen. Hm. Ich kann mich an diese Quest gar nicht mehr erinnern. Hey. Ich kann mich an diese Quest gar nicht mehr erinnern. Entdeckung stehen ist überbewertet Track, hm? Wo man Koganer ist. Oh no. Oh. Ich glaube das war's. Oh, meine Augen. Ich darf hier drin nicht tupfen anscheinend. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Dass ich dich scannen kann. Oh. Das ist definitiv ein Roboter-Schiff. Ohne synthetische Wesen. Sonst würde das besser eingerichtet sein hier. So sind sie also reingekommen. Wer es auch war. Morda hat den Antriebskern nicht genommen. Wenn sie von diesem Eingang gewusst hätte, hätten sie nicht. Endlich wieder draußen im hellen, hellen, glühend heißen Tageslicht. Puh. Besser als Regen. Wir haben Ihre Position erfasst und schicken jetzt einen Aufklärungsposten runter. Suvi, Sam hat die Gehäusesignatur des Reliktantriebskerns hochgeladen. Können Sie ihn aufspüren? Das könnte von unserer Position aus schwierig werden. Ich kann keinen vollständigen Scan durchführen. Geben Sie mir so viele Informationen wie möglich. Wir müssen rausfinden, wer ihn gestohlen hat. Pländerer Abschaum. Okay. Ich glaube, ich habe etwas. Ich habe Ihr NAV-System aktualisiert. Nix für Latription. Gange. Wo ist's? Ah. Erstmal treffe ich die falschen Tasten für die Karte. Okay. Raus zumachen. Oh. Was ist neu? What is new? Erinnerungen. Hier. Oh. 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 Nein. So cool der Trump? Oh. Wie wie nice. Erklär mir bitte nochmal, wie die gescannte Energiesignatur uns dabei hilft, den Antriebskern zu finden. Der Antriebskern sendet ein einzigartiges Signal, das ich in Reliktec noch nie registriert habe. Dieses Schiff hat enorm... Kolosse! Und zwar mehr als einer! Sind wir hier auch sicher am richtigen Ort? Ja, ganz sicher. Na toll. Wieso ist der richtige Ort eigentlich nie ein friedlicher See in einem Wildblumenfeld? Solange wir nicht näher dran sind, kann ich keinen präzisen Scan durchführen. Dann mal los. Heute gibt's Kolosse Steak zum Abendessen. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Pathfinder, diese Signatur des verschwundenen Reliktantriebskerns, die Sam hochgeladen hatte. Sie befindet sich in der Nähe ihrer derzeitigen Position. Durch einen Scan der Umgebung müssten sie das Suchgebiet eingrenzen können. Danke, Subi. Sam, scan die Umgebung. Diese Printerer sind zwar abschaubend, aber auch verzweifelt. Und verzweifelt ist schlecht. Was ist denn dieses Ding wert? Ihre Freunde sind dafür gestorben. Also, eine Menge. Sam, lass uns nach diesem Antriebskern scannen. Der Scan ist abgeschlossen. Meine Berechnungen zufolge ist der Antriebskern hier. Ich bin echt gespannt, wie Mauda reagiert, wenn sie uns mit ihrem Antriebskern sieht. Ich muss den echt finken. Ah ja, hier drüben. Dieses Fink ist gerne. Also das. Hier ist kein Antriebskern. Subi, Sam, was ist hier los? Der Antriebskern war hier, Pathfinder. Und der Stärke der Signatur nach zu urteilen, ist es noch nicht allzu lange her. Mit dem Nomad haben wir sie im Nullkomman nichts eingeholt. Vielleicht sollte ich fahren. Oh, mit zu jagen. Wenn ich fahre, machen wir uns wieder auf die Suche. Ryder, was wenn Mauda den Antriebskern hat? Wenn sie ihn den Plünderrand abgenommen hat? Subi, scannen Sie den Planeten. Ist der Antriebskern in der kroganischen Kolonie? Es sieht nicht danach aus. Ich habe allerdings ein neues Gebiet entdeckt, das Sie überprüfen sollten. Alles klar, danke. Halten Sie die Augen nach weiteren Anomalien mit dieser Signatur offen. Es gibt sicher nur drei weitere solche Orte. Können wir mal mitten die Karte aufmachen. Wenn es da einen schnelleren Weg rüber gibt, den gibt es. Dann nehmen wir den mitten in der Luft gefasst, Robert. Ich glaube, ich habe eine Gürse bei mir im Raum gesendet. Nur mich tot auf der Außenseite. Was? Ich habe wieder Conversation geführt, in der ich nichts mitbekommen habe. Nur nicht tot auf der Außenseite, was auch immer das heißen soll. Kommt, Gelsen. Wie geht's? Ich lasse Gelsen. Ich lasse sie. Ich bin von meiner Fresse rum. Nicht hier richtig. Nein, bin ich nicht. Wir schauen meine Schilder aus. Nicht gut. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Sieht aus, als hätten wir den Spaß diesmal verpasst. Ich glaube, ich kenne diese Korganer. Sie gehören nicht zur Mordas Gruppe. Wieso scannen wir die Leichen nicht, bevor sie zu Staub zerfallen? Pathfinder, ich empfange zwar die spezifische Signatur des Antriebskerns, aber er ist eindeutig nicht hier. Ja, das dachte ich mir schon. Deshalb sagte ich eindeutig, um jegliche Zweifel auszuräumen. Fresse, Fresse, Fresse. Es ist viel zu heiß, um diese Diebe über den ganzen Planeten zu jagen. Das geht mir auf die Nerven. Ja, mir auch. Der Antriebskern muss enorm leistungsfähig sein, wenn er es wert ist, dafür zu töten und zu sterben. Und wer auch immer hier gewonnen hat, ist damit verschwunden. Klingt plausibel. Wir sollten nach irgendetwas suchen, das uns verrät, wohin sie wollten. Leichenskern, also. Da sind viele Kroganer gestorben, dafür, dass sie nur Menschen waren. Was? Achso, das war ich. Ich hab geschrien. Wir stellen Feuer. Das Passwort. Wer zur Hölle schreibt sich denn sein Passwort auf? Jede Firma. Jede Firma. Wenn du mit mehreren Leuten zusammen... Wir haben immer noch das Signal des Antriebskerns rechtlich. Wir müssen ihn zurückholen. Auf der anderen Seite der Map diesmal. Wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, ist immer ein Passwort aufgeschrieben. So ist das halt. Oh boy. Ich muss das Ding dann gleich holen. Yep. Weiter. Haben wir. Oder sagst du das nur? Wenn man das so langsam in normalen... Ohne Boost-Fahrmodus... Ist das nicht der Absteiger? Das sind doch Absteigerleien. Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Wir sollten uns besser vorsehen. Haben Sie schon mal von Ganoven Ehre... Sorry. Klar, aber ein ehrenhaftes Messer im Rücken ist trotzdem ein Messer im Rücken. Das sind... ...schon eingepackt. Da wollten wir früher schon rein. Jetzt können wir... Open up. Open up wide. Superchambrothers hier. Oh, ich verpackte. Das waren die Typen bei Strups. Warum schießen die auf uns? Vielleicht verbergen sie was. Zum Beispiel einen Antriebskern? Verdammter Gruntverräter! Was? Fahrtchen. Das war der letzte. Machen wir uns auf die Suche nach diesem Antriebskern. Blut! Blut! Dann kann man doch nicht zu leicht verstecken, oder? Ah ja. Boah! Hast du Strups den Antriebskern genommen? Keine Blünderer? Nicht Mordor? Ich fühle mich benutzt. Aber ich weiß nicht so recht warum. Drag? Irgendeine Idee? Durchaus. Der Jorkelplan ist der schlimmste. Unausläglich. Unverletzt. Glauben Sie, Strups will vielleicht eine Bombe bauen? Oder geht's nur um einen Verkauf auf Keterra? Aber warum versteckt er ihn dann hier? Ich weiß es nicht. Aber ich kann es kaum erwarten, wenn er rauskommt. Ich bin extrem neugierig. Wer kennt schon die Motive eines verrückten Kroganers? Drag, tun Sie mir einen Gefallen und sagen Sie den Kroganern noch nichts davon. Ich will erst persönlich mit Mordor und Strups reden. Mordor und Strups. Mordor und Strups. Gil, ich brauche ein Einsatzteam an dieser Position. Abholung eines Reliktantriebskerns. Verstanden. Wird erledigt. Sam, ändere den Zugriffscode der Tür zu diesem Ort und sende ihn an Gil. Die Tech muss gesichert werden. Sie könnte das mächtigste Ding sein, das wir bisher gefunden haben. Wir haben gerade wirklich erstaunliche Reltech gesichert. Aber trotzdem denke ich ständig nur ans Duschen. Ja, alleine oder zu zweit. Wir brauchen ist ein gutes, altes Kroganisches Staubbad. Ich glaube da... Ja, vergessen wir es. Vergessen wir es. Nicht ans Duschen denken. Lieber Mission denken und weitermachen. Ja, das wollte ich. Ja, wurscht. Wir müssen zurück in die Kroganische Kolonie. Aber zuerst machen wir noch diese Mission. Dann sollten wir ziemlich gut mit dem Planeten durch sein, oder? Ja. Ja, der Architekt, den gibt es dann noch. Oh, muss ich da reinfahren. Wie alt sind Sie, Pibi? 100 und ein paar zerquetschte. Dann sind Sie ja noch ein Küken. Hey, ich habe schon einiges gesehen. Das bezweifle ich gar nicht. Aber Sie haben noch viele Jahre vor sich. Sorge Sie dafür, dass Sie sie genießen können. Noch mindestens... ...drei Menschenbeziehungen, bis die Menschen sterben. So in etwa halt. Oh, dann bin ich langsam... ...verstandlich Modus. Das hört mich grad nicht. Wenn eine Story dabei ist. Was war das gerade? Ah, ja. Hey, Bro. Verdammt, das war für stark. Tschüss. Ah, das ist ein guter. Ein bisschen panisch. Platz hin. Das Ding ist einfach aus dem Nichts gekommen. Seid ihr böse? Ihr seid böse. Da kriegst du alles grad. Wo willst du hin? Da versteckt sich einfach. Wir haben Ziele. Wo ist der Typ hin? Ah, ja. Ah, ja. Ich glaub, da sind noch ein paar Leute aus dem Sand rauskommen. Ich glaub, da sind Sandpeople. Ähm. Ah, ja. Ihr Timing ist perfekt, Pathfinder. Eine Minute später und diese Plünderer hätten uns vermutlich die Haut abgezogen, um sich daraus Jacken zu machen. Das war ein ziemlich heftiger Absturz. Geht's ihnen allen gut? Bis auf ein paar kleinere Verletzungen ist alles okay. Wir brauchen einfach nur ein Shuttle, das uns von hier weg bringt. Ich nehme nicht an, dass sie uns vielleicht Hilfe rufen könnten. Doch, natürlich. Sam, übermittle der Tempest diese Position und sag ihnen, sie sollen ein Shuttle herschicken. Schon geschehen, Pathfinder. Hilfe ist unterwegs. Wir werden einfach hier warten, bis wir abgeholt werden. Ich glaube nicht, dass uns noch weitere Ärger droht. Und nochmals, danke. Genau. Der zehnten Wasserwasserwüste. Ich sehe verdammt viel Wüste. Also wahrscheinlich nicht. Okay, back to the Hauptquest stuff. Ja, ich werde die Hauptkuste finden. Brauche ich nicht extra markieren. Ich hab noch die Zeit, oder? Da sind wir schon auf einer Stunde. Uh, knapp. Ich schufe durch. Ich schufe nicht durch. Awww. Verdammt. Ob, die geht schon wieder weg. Ach, da ist er. Danke, dass Sie mir die Daten gebracht haben. Jetzt kann ich Doktor O'Kirs Arbeit fortführen. Glaub ich kaum. Mikroganer werden zu alter Größe zurückfinden. Okay. Halten Sie mich darüber auf dem Laufenden. Glaub ich kaum. Nachdem ich weiß, wie das ausgegangen ist. Oder das sonst noch in der Nebenquest. Oder das sonst noch in der Nebenquest. Perfekt. Das hab ich schon genommen, nur das nicht. Aber nicht sauber. Nee. Kann nicht mit jedem reden. Oh. Hallo Nexus. Beteiligt sein. Er war schon weg, als ich ankam. Das kann nicht sein. Ich hatte Tag und Nacht verdammte Teams dort. Der Nagmo-Clan ist ein Witz. Die Verlierer von Tuchanka sind jetzt die Verlierer von Helios. Overlord Morda hat den Antriebskampf verloren. Und unsere Kolonie ist im Untergang geweiht. Sie reden nur, Jorgel Strux. Ich habe diese Kolonie groß gemacht. Wenn es überhaupt einen Overlord gibt, sollte er von ältestem kroganischem Blut abstammen. Dem Jorgel-Clan. Warte jetzt nur ab. Ich werde den Antriebskern retten. Und uns so mächtig machen, dass die Nexus vor uns auf die Knie fällt. Was sie gar nicht können, weil wir ihn haben. Ach, Drag. Ich wollte doch sehen, wie er sich in seiner eigenen Schlinge erhängt. Was soll das heißen, Sie haben ihn? Das soll der Pathfinder Ihnen erklären. Strux hat mich durch eine Lüge hergebracht. Er hat Plünderer dafür bezahlt, den Antriebskern zu stehlen, und sie dann getötet. Ich bin beeindruckt, Strux. Sie sind raffinierter als die meisten anderen aus dem Jorgel-Clan. Klüger sogar. Nagmor-Arroganz. Mein Vater wollte Ihrem Klan unter seinem Stand beitreten, weil er Ihren Großvater bewundert hat. Er wurde ausgelacht. Er sei die Mühe nicht wert, ihn zu töten, hieß es. Aber jetzt habe ich Sie vorgeführt, Mordor. Und der Nagmor-Clan wird mit Blut bezahlt. Oh, sorry. Oh, boy. Sie setzen die Kolonie für einen Groll aufs Spiel, den Sie durch den Orkusnebel mitgebracht haben? Sie sind die Mühe wirklich nicht wert, Sie zu töten, Jorgels Strux. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihre Schläger mit. Und wo ist jetzt der Antriebskern? Handigen Sie ihn aus. Einfach so? Handigen Sie ihn aus? Er ist unfassbar mächtig. Wir werden damit die Kolonie betreiben. Das verschafft uns einen Vorsprung von mehreren Jahrzehnten. Ryder, das ist einzigartige Relikt-Tech. Wenn Sie den Antriebskern behalten, ist das Band zwischen den Kroganern und der Nexus zerschnitten. Für immer. Oh. Sie müssen uns etwas dafür geben. Das ist nur fair. Wir wurden beschossen. Ziemlich ausgiebig. Wie wär's, wenn Sie sich mit Ihrem Außenposten unserer Kolonie anschließen? Sie geben uns den Antriebskern und wir sind Freunde. Neutuchanka und die Nexus. Wenn Sie ihn behalten, führt das zu einer unabhängigen Kroganischen Nation. Wir werden uns nicht an die Gesetze der Nexus halten und schulden Ihnen nichts. Nicht einmal Frieden. Ryder, ich muss darauf hinweisen, dass unkontrollierte Expansion der Kroganer historisch betrachtet immer zu Kriegen und Katastrophen geführt hat. Auch für die Kroganer selbst. Also? Oh, das ist mal eine schwere Entschaltung. Ja. Verdammt. Ich glaube, es wäre für uns alle besser, wenn der Antriebskern in den Händen der Initiative bleibt. Dann werden die Kroganer also wieder einmal betrogen? Nein. Helios muss ein Neubeginn sein. Das hat Strux mir gezeigt. Ich bin Overlord Mordor von der neuen Kroganer Nation und wir werden trotz ihrer Leute gedeihen, Nexus. Warten Sie es ab. Sie lassen uns aber trotzdem hier unsere Zelte aufschlagen, oder? Natürlich. Kroganer sind gerecht. Das sollten Sie nie vergessen. Wir kontaktieren Edison und informieren Sie. Viel Glück, Overlord Mordor. So, Bibi Happy. Pathfinder? Es wurde kein Außenposten angefordert. Nein. Und das wird auch nicht geschehen, Edison. Verdammt. Dadurch steigt der Druck auf unseren nächsten Außenposten. Vergessen Sie das nicht. Keine Sorge. Das ist mir bewusst. Ach. Wenn ich keinen Außenposten bauen kann, ist das auch egal. Das würde ja nur zu weiteren Reden. Was für das. Was für das. Es gibt mir den Beatmoder. Oh. 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 So. Okay, okay, ähm, ja, ja, keine Ahnung, ah ja, genau, Mission hier, ähm, was? Pathfinder, Sie sind zurück. Ich hab den Köder aufgestellt. Die Sache müsste laufen. Gut, ich habe Valka schon informiert. Die Sache gefällt mir nicht, aber ich schrecke vor keiner Herausforderung zurück. Mit Grant gibt es ein Problem. Er weigert sich gegen Valka zu kämpfen. Ein Kroganer scheut keinen Kampf. Es muss etwas anderes dahinter stecken. Er ist ein Feigling und er weiß, dass ich besser bin als er. Er will im Kampf keinen schlechten Eindruck machen. Sie wollen versuchen, vernünftig mit ihm zu reden? Ich glaube nicht, dass er auf einen Außenstehenden hört. Aber ein Versuch ist es wert. Okay, okay. Wir machen das in der nächsten Folge. Ich will gleich nochmal eine Stunde darauf hin. Jo, peace out. Ich will noch nicht.